So, Roboter habe ich gespielt. Okay, hier spiele ich also nicht mehr. Dann spielen wir doch mal. Das komme ich lustig. Ähm, mach mal. Mach mal einfach das. Gib mir den Plopp. Ich weiß immer noch nicht, wo ich die ganzen Fähigkeiten auf meine Maus liege. So. Wer bist du? Diese Frau. Die Frau mit Karten. Ich kann Karten werfen. Also ich schieße und dann kriege ich eine Karte und dann kann ich mit der Karte nochmal schießen. Also die Karte schieße ich da. Und ich kann mich teleportieren. Also ich kann mich, ähm, ja. Und ich kann meine Fire Raid boosten und ich kann den Gegner in die Luft heppen. Ich kann den Gegner in die Luft schleudern. Und ich kann dich protecten. Okay. Vielleicht sollte ich... Eine hat nicht so verknüpft. Ich lege mal, dass auf die Tast mein... Dann lege ich hier die... In der Startlobby sollte man sich schon kloppen können. Ja. Da bin ich dir vollkommen recht. Also man sollte einfach schon den... Hero ausprobieren können. Sozusagen. Mit dem man sich kloppt. Okay. Und wo lege ich meine Ulti hin? Ja, hier könnte ich meine Ulti hinlegen. Bist du wieder auf der Alleen zusammen? Ja. Oh fuck, ich bin doch nicht im Spiel. Okay. Jetzt bin ich im Spiel. Oh, ich bin schaust du. Ja, das hat aber einen Cooldown. Ja. Hm. Ja, das passt tot. Hast du denn? Hast du denn? Hast du denn? Naja, das ist verschwunden. Das heißt, das würden sich Leute zurückziehen. Bis zu halb. Haben. Okay, nice. Ich habe jetzt meine Fähigkeit, dass wir mehr Schaden machen. Oder mehr Schneider schießen können. Achso, ja stimmt. Es gibt... Dankeschön. Es gibt Schaden von den Tauern. Ganz vergessen, dass es Tauern gibt. Ja. Oh, keine gute Idee. Ah. Was, der hatte ich bekommen. Ja, ja, ich hatte nie mehr viel Leben. Vielleicht tun wir mal ein bisschen zurückziehen. Hm. Das hole ich mir. Okay, also nicht, 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 nicht ein Sniper zu spielen ist, denke ich mal, erst mal, um Überblick zu kriegen und Schaden zu machen, vielleicht der beste Move. Ist ja da, okay. Sag mal, wenn irgendwo jemand ist, weil ich das nicht unbedingt immer sehe. Ja, ich muss das mal markieren hier. Du kannst ja auch damit... Stimmt. Mittelklick, oder? Mittelklick, ja. Achtung, links. Hier drüben. Nice. Hope they got the message. You've gone. Well done. It doesn't matter, guys. Wierd. Ich verstehe das Unlock-System noch nicht hoch. Nö, das soll ich auch noch nicht. Weil teilweise kann ich halt bestimmte Fähigkeiten nicht falsch halten. Achtung, der Turm. Achso, du bist das gar nicht vor mir. Ich dachte, du schießt vor mir. Oh, ich mag den Gooball. Der ist so toll. Gib mal Wurst. Oh. Ah. No. Du. Bin mich ein bisschen zurückgezogen. Ich muss auch zurück. Ich gucke auch mal. Ich glaube, ich kann was kaufen. Ähm. Ganz zurück. Weiß ich nicht. Doch, kann ich. Oh, Mist, der ging daneben. Achtung. Oh. Geh mal ein Stück zurück. Hier hinter die. Oh, jetzt sind die Heal-Minions. Oh, ich leck. Ich lecker. Ich krieg auch ein bisschen Schaden gerade. Ich krieg auch ein bisschen Schaden gerade. Geh mal zurück. Zurück. Jo. Jo. Michael. Sicher. Das wird helfen, dein Blut auf der Innere zu halten. Ein wenig Protektion geht einen langen Weg. Booball. Und Geek. Ja. Bin ich blind? Wo bist du gerade? Wo sind wir uns? Wir müssen nicht schießen. Ach so, der ist direkt hier. Doch, doch. Ja. Ich hatte nicht geh. Ich dachte, er wäre weiter weg. Mal versuchen zu pushen. Mhm. Wir müssen den Tasten doch nochmal umlegen. Er ging daneben. Wo kommt der jetzt? Der ist hier oben. Nein. Gut, los. Einer ist dauernd. Wo ist der? Hier ist gerade keiner mehr. Ach, hier unten in der Mitte. Nice. Er ist noch gerade zu tritt hier. Er hat gemerkt, dass wir es nicht hinbekommen. Und das ist zu uns. Achtung. Keine Creeps. Jetzt gibt's Creeps. Kann ich auf denen die eins machen? Nice. Hau drauf auf den Tor. Ich habe übrigens den vorherrsinnig kleines Magazin. Uff. Okay. Jetzt wird's nicht auf mich machen müssen, aber ähm... Oh, die sind zu tritt, ja. Ja. Ich hoffe, die haben mich noch nie entdeckt. Naja, hier ist der Torben, das ist nicht ganz so schlimm. Es ist fast tot. Oh, ich habe eine falsche Taste gedrückt. Ah! Ich kann mich ja teleportieren, ne? Warum rennt der rein? Oh ja. Ich war recht low, ne? Kein Grund reinzurennen. Ich bin nicht auf jeden Fall. Ich habe das nicht auf jeden Fall. Ich denke, das... Ich habe das nicht gedrückt, aber... Ist der Torben? Aber... Ja, oder? Ja, ja. Ich habe den eingeschüttet. Warte. Der hier um die Ecke stand. Der Nahkampfangriff ist sowas von überpowert, meiner Meinung nach. Oh, naja, ne? Darf ich mir nicht vergessen. Ja, ich... Das Problem war's, ich halt keine Achtung oben. Über uns. Okay, du bist gekommen, ne? Dann muss ich auch probeln. Get me out of here. Vergeste, dass ich ja Sachen abkratten kann. rechts er ist rechts drinnen ich würde einfach mal zurück gehen kaufen gibt sie nicht noch irgendwo shops hier gibt es noch einen shop haben jetzt hier einen shop freigeschaltet glaube ich weil wir das getötet haben das ist das ist das ist Aaaaah? Aaaaah? Show no mercy. Ready to go all in. Aaaaah, was ich falsch bin? Ich höre ganz schön was aus. Mach übel Schaden jetzt mit Items. Ist so absurd. Oh, was... Gibt's ein Item, wo du mehr Schaden an Monstern machst? Sollte man vielleicht relativ früh kriegen wollen. Sollte ich sehe gerade, dass die Rechtsprobleme haben. Naja. 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 Okay, hier ist das ganze Team. Überraschung. Wir sind bloß aufpassen, sonst der das Monster nicht trifft, ne? Der macht irgendwie viel Schaden, ne? Oh, ich schlafe. Oh, mein Weh. Gibt es eigentlich hierhin? Oh. Oh, Saga. Man sollte nicht zu nahe, dass man das große Ding reingeht. Kann ich mich irgendwie heilen? Heilt man sich, wenn man Out of Combat ist? Ja, eh, wir haben's. Nee, Kawa haben wir vor uns. Oh, ich hab nicht gesehen, dass er hinter mir ist. Ich muss meine Maus doch so umstellen. Alter, man kann schon krasse CC-Compos machen. Oh, ich hab nicht gesehen. meine Urte funktionieren. Über uns. Ich verstehe noch nicht ganz, was wir jetzt machen müssen, aber... Okay, wir können den jetzt angreifen. Jetzt können wir einfach... Ach, den Tüsch. Jetzt ist er so schildert. Ich verstehe es nicht. Kann er irgendwie passen? Oder wie funktioniert das? Also, wir müssen in die Pit, um den anzugreifen. Ich glaube, wir haben click-on. Juhu! Gott. Wenn man Frames hat, dann kann man auch spielen. Äh, ich meine, ja, der Hero ist nicht schlecht. Den kann man... Das könnte ich nicht mehr weiterbewerben. Ja, ich bin... Wie viel man Schaden genommen hat? Ne, ne? Ähm... Ne. Ich habe wenig eingekauft, glaube ich. Ich bin noch einmal gestorben. Ach. Nicht schlecht. Er hat 21.000 Schaden gemacht, what the fuck. Ui. Ist ja Police, Mensch. Wir wurden in Gegnern, die haben kaum Schaden gemacht, ne? Also, ich meine, ich war nicht schlecht, aber ich war jetzt auch nicht der Besten. Nö. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Oder abonniert unseren Kanal für noch weitere Battlelog-Videos.